so, jetzt bin ich live gut 59 starte ich alles vorbereiten die 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 So, dann schocken wir mal. Ja, ich werde noch 3x Petels spielen heute. Boah, was hier los geht, ja? Auf dem Square, wie da so schnell es jetzt fühlt. Fühlt, 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 fühlt. So. So, ab geht der Beat. Wir fangen eh bitte vor 3 an. Ja, garantiert. Ja, ich bin meistens so bei meinem... Ja, ich bin meistens so bei mir. Ja, ich bin meistens so bei mir. Ja. Oh, ist ja wieder Wetter. Da wird ja wieder Himmel. Okay, so, find's okay. Oh, da ist schon dauernd Backspin. Alter Schwede. Dann machen wir mal Schummi rein. Dann machen wir mal Schummi rein. Oh, schade. Ja, da war schade. Wo liegen die denn alle, ey? Ja, aber ich liege genauso beschissen. Ja, ich bin seitdem. Ja, ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nicht so... Na los, das bin ich ja, ich hab mal mein Kostüm. So, bin ich mal gespannt für nen Birdie, nein die Sau, Och Mann ey, der ist aber weit geschmettert. Aber was soll das denn ey, wieso geht der nicht rein, der auch nicht. Der war eh nur safe gespielt. Ach komm, das geht ja gut löst hier. 451, 500, reichen 500? Ne ne? Ich gucke gerade mal, ich gucke gerade mal. 451 plus 13% sind 509. Gut. 509. Reicht nicht. Reicht nicht? Nein, bei mir nicht mit Eisen. Warte. Mit Holz kann es anders sein, aber mit Eisen hat es bei mir nicht gereicht. Da kommt der Scheiße. Da kommt der Scheiße. Da kommt der Scheiße. Ach was patschippe ich denn hier wieder zusammen? Da kommt der Scheiße. Und alles wieder an. Ich öffne ja auch nicht, ich glaube ich immer nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Oh, was ist denn das hier? Oh, was ist denn das hier? Naja gut, bitte. Naja gut, bitte. Der übermischt ja. Ah, der ist doch zum Katzen ist das. Naja, jetzt sauer. Oh, was du? Oh, ich war ja, ich habe das hier. Oh, mal! Oh, ich habe die Räder als eine. Oh, okay. Oh, es so ist das? Oh, das ist das, was ich mir nicht. Oh, was ist das? Oh, das ist das? Oh, das ist das? Ich liebe es, ich liebe es, sag ich, was, 553 Milliarden, leck mich am Arsch, 553 Milliarden. Alter, 530 Milliarden, das muss ich mal reinziehen. Ja, 531 Milliarden. Geiles Ding, ey. Was ist denn nur, Yolo? Der ist doch zum Kotzen. Gleich mal gelevelt, eisgeilt. Krass, Action. Alter, Schwede. Drei Löcher, drei Paar, das gibt's doch gar nicht. Das ist scheiße. Das ist Hammer. Und ich hab's auf Video. Aber 631 Milliarden, das ist schön. Wie viele Level waren das? Na, ein Level. Wahnsinn. So, jetzt aber hier. Wenigstens ein... Dings. Wenigstens ein... Ah, so, gut, okay. Oder? Ich hab's in den See. Ah, da geht er bald. Eieieiei, scheiße. Ja, Mann, das ist doch scheiße. Aber ich denke, wenn man Eagle wird. Eieiei, die sind ja auch. Oh, der war ja wirklich weit. Ja. Der Idiot. Mal gucken, was ich da jetzt... Da müsste ich halt 53 Milliarden... Ne, 100 Milliarden müsste ich jetzt eigentlich ein... Reindrücken können. Und 21 Milliarden kann ich reindrücken. Nach ein... Eiei! Alter, wie ist das? So, gut. Ich würde mal vielleicht... Drei! Ich kann... Gut. Eiei, safe. Ja. Mann, ey, das war Hammer. gemuschi wieder ja wenn es ist Lade, Schwede! Ich dachte, ich bin mit minus 28 schon guter Blockade, aber minus 30 ist schon gut. Gleich mal gelevelt, das ist hart. Das ist wirklich krass. Ach, ich schrumpfie. Ich habe meine Pidels nicht reingedrückt. Ich bin doch bescheuert, oder? Kannst du da nicht mal was sagen, Gerald? Was hast du nicht gemacht? Pidels nicht angemacht, oder was? Ach, Mann. Hast du vergessen, die Pidels anzumachen, oder was? Oh, meine Fresse. Was ist denn das für ein Dreckswetter hier? Das weiß ich auch nicht. So, 5,5. 23 plus 13. 477. 400. Naja, 480, 490. Ich bin bei 480, ich sag, wie gleich wieder kommt. Sieht ganz gut aus. Wie bleibst du? 480 reicht aber nicht ganz, du musst noch ein bisschen mehr. Es sei denn deiner Reppe nach vorne, meiner ist nach hinten gerollt. Ich bin bei 490. Mal gucken, wohin die Reise geht. Da kommt der Kurze. Nee, der kommt, aber liegt auf dem Vorgrüß. 12 J. Okay. Okay. So, ich mach die scheiß Pidels an. Ich muss dieses Horsenkostüm wenigstens umändern. Oh, was ist denn da? Oh, was ist denn da? Links, rechts, Kombination. Da sieht man noch, hier. Ja, das sieht man noch, hier im Platzschlüssel haben wir schon mal. Ja, zweite Runde wird besser. Ja, erste Runde See war am Spielen. Ja, genau. Oh, Mann. Schade. Danke. Das ist schon heftig, echt. Oh, ho, ho, ho. Ja. Ich hab auch einen 35er Tank genommen, eben vorne, ne? Noch dazu. Jetzt mal einen Hubschritt genommen. Was? Jetzt mal einen Hubschritt genommen. Ja, das wär's gewesen, ne? Ja, das ist schon. Ha, 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 ha. Vergesst mit 700. Ja, ha, ha, ha. So, dann gehen wir jetzt noch 45% von Peter jetzt an. Na ja. Geht auch. wie sie ist 427 plus 8 prozent zu 401 ich nehme mal 5i Blanc oh fuck und läuft zurück ich hätte noch ein bisschen kürzer wahrscheinlich sein können da war jared danke gewurschtelt ja gerade so ne ja 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 schade der war aber schlecht ja der war nicht gut ne der war wirklich nicht gut und dann auch bitte die so gelten wird ja ja ich möchte ihn keine Güte will nicht oder was will nicht oder will nicht ne das ist ja 534 hmmm 5 weh 530 geht nur 20 runter dann nehmen wir den mal hmmm 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 ohhhhhh man hätten aber 534 ach das ist zum kratzen was ist das hmhm hmmm hmmm na 4,7 können Alba werden hmmm schürt er bei mir nicht hm 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 Ja, letztes Mal nicht mit dem Schläger geguckt. Ja, ich will auch mal dran sein. Hass. Ja. Was ist der zweite Gilder Messie? Auch EXP? Ja. Was ist der zweite Gilder Messie? Danke. 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 Ach man. So, da gucken wir mal was dran. So, mhm. Tipp, 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 tipp. Oh, vorne keine Null, hinten keine Null. 1,3. 1,7. Okay. Hat jemand gelettet? Das wird richtig -, ich glaub. Oh, I, 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 I. Und die haut nochmal drauf, ey. Hauptsache fest. 9% Du machst! PV 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 Uua! 345 345 Mhm Jawoll! Passt! Ich gehe wieder zum Igel! Ich hab'n Heal! Ja? Ja! Geil! Ich hab' kein Getränk genommen! Ach Mann! An der vorne dran und ratscht rein! Haha, aber Kriegwunsch! Ja! 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 Guck mal! Hier haben wir zu gut nur eine Minus Zwölf geschafft! Ich würde ganz gerne mal das Kostüm Ja! Mach doch, einfach privat! Kanns doch machen! Auf Privat setzen! Kostüm privat jetzt! Kann das gehen? ich glaube ich muss erst mal auf das mal geworden wo ist hat uns hat mir geschrieben und das ist der hero ja drauf bei dir im live stream ja na klar guck ich mir den da klein da nochmal an ja also das ist schon das ist hammer ne das ist ja hammer ich glaube nicht dass ich den hier hinkriege ich nehme jetzt mal kein ticket weil ich hab nur die gold ne 196 und den 1 auch da kommt noch nicht mal an unglaublich die paar drei sind eh nicht so wichtig, hauptsache die paar vier und die paar fünf Klappen ja, auf jeden Fall ja, auf jeden Fall , naja hmmm naja, war okay für's bar Schick. Danke. Gutes Wetter, ja. Ich bin bei 456, ich probiere es mal. Ja, es scheint ganz gut zu sein. Ah, zu weit noch. Oh, zu weit. Ja, schwarz. Oh, die dürfte es nicht mal merken. Ja, ich bin bei 45. Ja, ich bin bei 45. Ja, ich bin bei 45. 50 Stück. Sauber, Gerald. Danke. Sauber. Danke. 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 Czyli die Ora. Danke. 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 Da wurde die Morteしく erfolgt. Den machineryen ausk Rossi. Christoph pulled. Ah, da kommt der kurz. Na, mach's jetzt mal, ich pack's diesmal. Hast du das auch so kurz, siehst du? Ja, ich war nicht so kurz. Ich hab das Scheiße gestellt. So, jetzt gucke ich mir mal den Pad an. Ach, Ballmorker, maaaannn. Ach, Ballmorker, maaaannn. Ach, 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 ach. Du liegst aber gut, ja? Na ja, guck mal, da ist der Easy. Ja, sieht gut. So, hab ich noch Ballmorker dran, ja. Scheiße, der Nonkel ist raus. Können wir eigentlich gerade spielen, ne? Ja. Jawoll. Ach, Mensch. So, da gucken wir mal schnell. So, 229. Du hast 13 Prozent. Da hätten wir 258. Okay, ich mach 252, ich sag dir mal, wie der kommt. Ja, aber zu kurz, ja. Ach, 50 ist richtig. Boah, zu kurz. Ja. Also 53 war ich oder 52 und das war zu kurz. Aber auch nur 8 Jahre, deswegen darf es 258 müsste passen. Ah, da vorne und weg. 5W. Schade. Scheiße. Mal gucken mal, ich bin nicht der Einzige. Ähm, ja. Ja. Schauber, mein Gott. Ich hätte alles bei dir heute. Ich weiß nicht, weil du streamst. Ne, bei der XP und Pidance alles. Nein. Schauber, mein Gott. Oh, look. Oh, look. oder nicht jetzt kommt schon tropkos aber ja drauf gar runde tropkos aber wirklich auch mal machen ich habe es gesehen bei der bei weiter links bt hat ja nicht geklappt hat mal geklappt ja nee ich meine hat ja nicht noch noch 14 die wissen wollte es ja durch links durchspielen es war aber kürzko und ich werte werte er ist geschafft die ging es ja du musst aber auch schnell unterhalten wenn das nicht klappt ja definitiv bei jeder kamera kurz wenn man das zurückgerollt bis zum zu hin meine hoch also da war wirklich kurz trotz dass ich ein bisschen im gelben getroffen hat so ist noch morgen getrunner haben wir noch der reise geht nicht dorthin wo ich will so was kann ich reindrücken warte schon 288.000 kann ich reindrücken 169 zu 70 oder was was 169 zu 70 ist wohl noch schlimm ja ok da das ist so wird jetzt ein gespart ich hab 3 noch ich hab 3 noch was ich habe ich habe alles sie ich habe ich habe ich habe dachten es sind ich habe was Ich will den Topspin reinmachen. Ich bin zu kurz. Weiterstellen müssen, oder? Nee, ditched. Baaahhhhhh. Ich war zu kurz, ja. Ja, war zu kurz. Ich hatte 99% Körbeplus. Hatte ich, glaube ich auch, ja. So, ich gucke mal. Alt B. Oh, ich bin schon bei 165%. Sauber und möchte alles. Danke. Schick. Jo, danke. Schick. Jo, danke. Ja, läuft doch. So, jetzt braucht man V5, ja? Nee, V4. Kommt dann als nächstes, glaube ich. Oder wir hatten ja schon eins, ne? Wir hatten ja schon zwei. Eins hatten wir. So, 365. 9E. So, jetzt hab ich mal Überpfahle gestellt. Mal gucken. Oh, den Null dafür nicht getroffen. Oh, ich war zu weit. Scheiße. Oh, da kommt er auch noch zu weit. Oh, da kommt er auch noch zu weit. Dann wird's wohl plötzlich pürdig werden. Oh, sissi wieder. Sissi, sissi, sissi. Schade. even-dinge-s Arsenal. EXP. Ja. Jetzt schon? Na ja, nur der Modus, ne? Ja, nur der Modus, ne? EXP. Ja. Jetzt schon? Ne, da geht vorbei. Den hast du ganz schön weit rübergestellt, ne? Ja, zu weit. und zu fest. Ja, viel zu fest, ne? Hauptsache fest, ne? Ja, Hauptsache die Schläger leuchten. Genau, Jared. Ach komm, ey, fuck. Ach ja. Ja, level noch schon, aber an der Fälle. Spätestens mal am nächsten runter. Port 3 werden wir jetzt nochmal kriegen. Ah ne, Port 5. Ja. Da sagt nur 3 weh, da ist es soweit. Nur 5 weh, passt. Da scheiße, das macht nur 3. Ja, ich soll ein Eiwe haben. Ja, ich könnte auch ein haben. 3,6. Okay. Mal schauen. Und welche Gilde war die vorher? Oder will die keine Gilde? Flapsi? Ich war zuletzt bei den Pfandgolfers, aber... Naja. So, da machen wir doch mal 50% rein, ne? Ja. Jawoll. Ach mein Gott. Was soll das denn mit 30%, Mann? Wichser. Hat irgendjemand was geschieben gerade? Hat irgendjemand was geschieben gerade? Sagitt landscapes. 立 Weinjemand war kein über das. 800%! Oh, das ist auch eine Scheiß-Pose hier. Da kann man ja vielleicht sogar den Ast streiten. Ja, da hast du recht. Ich möchte wetten, ich werde den Ast streiten. Oh, die Sau. Was denn, was, Theo? Am Loch vorbeigerollt beim Backspin. Schick. 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 Jawoll, All Birdie, fast bis aufs Marvel. Ja, ich bin ja auch noch drinnen. Jawoll. Jo. So, letztes noch Dance, ne? Nö, ich hab noch. Ja, da müssen wir neu anmachen, meine ich. Ach so, ich hab noch 5. Schick. So, dann guck mal, guck mal. Guck mal hier eigentlich rechts rum, ne, ja. Glückwunsch den Bolt-Ranker. wo geht ab das war scheiße dann habe ich aber schön verbockt ja mal gucken da kriegt ein ziemlichen backspin mit mir mit 6 sie hat so gut ist es ja geht nicht schreien ja auch nicht übergerollt Das ohne Gold macht's ja kaum was, ja? Löt's ja gar nicht. Ist so viel? Nein, 6 Milliarden hätt ich auch gerne. Für ein Igel. Gleich Bians wieder anmachen. Ich muss bloß immer gucken, ob ich meinen Ball mal mit dran habe. Ja, da machst du recht. 3% sind das. Naja, dann mach ich nachher, mach ich jetzt noch mein Dings. Werde ab. So, 419. 6i. Zoweit. 7i. Zoweit. 8i. Genau, 419. Schocken wir mal nicht mit 9. Schocken wir mal nicht mit 500%. Ah, keine Null. Ich hab sehr wiegel. Mal schauen. Uh, der rollt zurück. Ach, das liegt bestimmt wieder im Minusbereich. Ja, zwei Videos in einer Runde. Wer da? Du deinen. Hä? Ich mein, schon nicht schlecht. Wer denn? Auf Video aufgezeichnet. Steht gar nicht. Es steht gar nicht da, dass du überträgst bei mir. Sonst steht das immer da. Sunlight überträgt. Okay. Oh, schade. Oh, nee. Bis jetzt hatte ich nur einen. Aber ich hab gestern oder vorgestern, weil das war, hab ich zwei Hius hintereinander. Oh, Fofus. Boah, sauber. So. Einen Aufbau 4 und ein Aufbau 5. Ja, komm, gerade. Gerade so. Ja, und kein Getränk genommen, ne? Stepp. Fantastisch. Ja, so ist er. 96%. Der nächste ist meine. Vielleicht ein Alba oder so. Wäre schön. Ja. Die leveln ja hier alle wie die Geile. Warte. Der müsste eigentlich noch ein bisschen schneller gehen. Power 4. Ja, das schreit doch mal hier. Ja, der steht genau in der Mitte, ne? 7i, 420, 412. Hier, spielen wir mal mit Topspin. Roll zurück. Jawoll. Wie kann der denn rechts von der Fahne kommen, wenn ich 0% treffe? Ja, meiner ist auch rechts, aber der ist irgendwie... Ja, ihr wisst nicht, ist jetzt schon schlecht zu sorgen. Das sind solche Platz, die kann ich nicht, wirst du? Die sind zu kurzer? Ne, das Brick ist zu scheiße. Ja. 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 Ja, ja, ja. Danke für die Fiffeljirren. ich habe über 40 prozent gemacht bis jetzt okay die vorne steht da hinten stellt jetzt mal 376 auch kommt er weit ich habe wieder einen Papp den ich vorbei haben kann hier kommen wir mal zuerst das wird ja ich habe wieder ein paar die nicht für bayern kann mit 4,2 jahres so dann nehmen wir mal getränk ach Sissi wieder, Sissi boah schön, sauber danke so noch zwei Löscher, ich muss mal schicken ciao, ich kann mal nachher mal bevor du startest mal zwei Sekunden warten ich muss mal ganz dringend pinkeln ja, wir machen, ich schreibe es doch mal wieder kurz auch immer noch nicht, scheiße was? ne 99 naja, ist das nächste na, vielleicht nicht gerade vor 3 naja, oh, bewölkt soll ich mal schauen? kannst du? 370 äh, plus 8% wären 399, ein bisschen rückenwind drinne 383, der 8i ich mach den mal auf 386 389, oder? müsste zu weit sein ich werde mir das gleich feststellen ja, oh ja, zu weit uiuiuiuiuiuiui bar naja ich würde ihm welches level hast du jetzt 184 84 ja 3 lindel gemacht schon sauber ne ja ich mache jetzt auch mal ein level er hat doch gerade schon auf dem tag aber nichts gemacht Oh, get my mom. Batsch, da ist es. Schick, schick. Ja, danke. So bottomed. So, da gucken wir mal. So, da saugt nur 5 weh. Ha, 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 verarsche. Meine Güte, die Alberskappen heute nicht. So kurz. Und rollt natürlich nicht, zieht nicht rüber, die Pfadze. 7,2 vorgrün. Nein, natürlich nicht. Oh, Papp des Todesburgels. Oh, Peter hat was machen. Ach, Mann. Wollten wir nicht mal kurz warten? Jetzt misch was? Ach nee, wir sind aber gar nicht so weit. Ja. Ich muss dann erstmal schicken. Ist das eigentlich mein Name, Smallville? Was? Was ist denn das überhaupt eigentlich mein Name? Smallville? Das ist von, ähm... Das ist von, äh... Ich glaube, ähm... Na, ich komme nicht drauf. Also, filmen wir doch was? Äh... 3% Oh, Papp, sie liegt ja richtig geil. Äh... So, 394... Tja, hüpft der wieder? Ja. Der springt. 383... So, ich habe Wiederholung. Was ist hier? Nicht Wiederholung. Ich habe Igel. Leicht. Kiko, der links war vielleicht reingegangen. Nee, wäre nicht. War zu kurz auch. Ja. 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 Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist mal ein Render Render Render. Den Buff, äh, den Bug gab es schon öfters. Was sind alle Render? Ja. Ich nicht. Ich bin kein Render Render. Ja. Ja. 3 nochmal. Ja. 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 Da brauche ich erst weh. Ja. 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 Sprich natürlich in der Kammer vorbeiz. Sprich, 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 Sprich. So, da geht es mal? Ja. So, da geht es mal. So, ready? Okay. So, 17 Löcher noch, Pedans. 17? Achso, du hast da vergessen anzumachen. Ein Loch, ja. Am Anfang das. Das war nicht nur ein Loch, ich habe nicht nur 13, Pedans. Oh, ich mag ganz schnell gucken, ne? Das müsste ja so um die 247 sein, ne? 229, plus 8%, ja, 247. Sagt nur Pw, 248, 22 Grad. Ja, warum rollt denn der so weit zurück? Das war ganz komisch, hast du das gesehen? Nein. Wieder weggeheckt es. Ich hatte jetzt 3 rechts gestellt, weil es sah ja nicht so gut aus. Sauber. Danke. Jetzt habe ich keine goldenen Tickets mehr, schade. Was sind denn goldene Tickets? Goldene EU-Tickets. Awesome. Und zwar war ich ja wohl noch, Pedans. Ja. O-Dank. Ja. wird wieder vorm hier rum gehackt der wiegel warum kriegt der so einen verfickten backspin vielleicht musste auch schon langsam mit zweier welt spielen ja ich habe auch die pop joblos als vier so einer fatze ich nicht Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Was für ein Abstandschutz? Was? Was haben wir denn eigentlich an Punkten? Punkteschock 103 Punkteschock Punkteschock Die ganze Zeit hatte die Junge ja paar vier paar vier paar vier mann und dann immer diese scheiß kurzen dinge wo ich ein pe spielen muss weißt du mann das kotzt dann an der neuen i ist schon zu weit um zu bilden 250 zu weit links homie ist glaube ich ganz schnell im spiel wer ist wo homie die mann hat gerade wieder auf homie rum homie ist noch da homie 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist wieder da noch ja ich bin da kommen wir wieder zusammen spielen ja logisch gelos so drastisch ja toll, habe ich mir auch gerade so gedacht der darf nach links drunter ja doch doch schon 50 Kilometer, wir sind aufgeladen na ist doch ok das reicht, wusste ich nicht ok 539 versorgt noch für 3W den könnten wir jetzt mal nehmen 542 bei den 21 Grad und wieder ein schöner Schlag und wieder zu weit, oder? ja Rolf, wieder sorry, ich habe wiederholungen kraft so, jetzt machen wir noch was anderes entweder top oder hopp an die Fahnenstange dran guach an die Fahnenstange dran nein Das war's für heute. schon wieder 13 prozent alter falter 15 uhr naja da komm und der noch mal da nehm ich mir deine dings da lass ich mir für da hol ich mir äh buff von dir 15 uhr oder was ja 15 uhr schaltet dings ja da würde ich gerne von dir aufnehmen ist doch klar kein problem stellen jetzt mal 385 der wird bestimmt betriften so dann wirst du dann beim nächsten mal wenn das wetter wieder so ist haha der hüpft aber 2,8 das war diesmal 100 prozent so jawohl läuft ganz gut ja na klar was soll es doch anders geben als dieses scheiß loch so aw zu weit sw zu kurz könnt doch mal mit prozent spielen das mache ich gerade und mit mäßigen mittelmäßigen erfolg man rollt ins vorko in die saug manu bis ins rach das misstvieh ich sehe gar nichts hier und da rollt zurück ich sehe gar nicht so zu scheiß wolken da war schon bald ein paar heißt und drauf jawohl irgendwas ausgelaufen bei dir ich habe kein getränk genommen eigentlich nicht schon getrenner läuft mal das an gut äh 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 So, dann gucken wir mal. 331 plus 8% sind 357. Ich stelle den mal auf 356. Die Fahne steht ja total beschissen. Naja, dann steht es eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, wieder fast heal. Okay. 2,4. Ich hätte noch ein bisschen weiter rüberstehen können, aber da habe ich mich nicht getraut. Weil die Fahne so nah an dem Dings steht. Level zusammen und vögeln zusammen. Könnte ich ja mal schreiben. Ja. Okay. Okay. Ja, ich habe noch 9 Päden zwischendurch, das passt doch. Na? Na, jetzt mit dem, dann habe ich 8, sozusagen, dass es jetzt hier mal 9 ist, wenn ich eingeloggt habe, ist es, geht es bestimmt auf 8, ne? Zauber, Gerald, Zauber! Altes Levaltier! Genau, 8, ne? Das ist das letzte Loch ohne Pädenz, bin schon immer später, kann man auch abfließen. So, geht's los, lag drunter, bis 15 Uhr. Aber ich werde natürlich noch spielen, ne, ich werde Q-School spielen dann. Ja, Q-School habe ich schon eine Runde weg heute. Ich werde dann mal Dropkurs spielen. Okay. Ist da gültig jetzt Dropkurs? Also wenn der Dropkurs ein schwerer Kurs ist, kein Problem, komme ich mit. Ja, das ist ein schwerer Kurs. Okay. Weil ich muss mal ein Trickbuch füllen, weißt du? Ja, ich müsste noch einen Titten spielen. Oh, ich habe das keine Lust aufhitten. Heinz B., der macht ja AD hier nach dem anderen hier. Heinz Becker. Ich weiß nicht, ob das Heinz Becker ist. Ach ne, das ist Heinz B., es gibt ja noch einen Heinz Becker. Ja. Er war ja immer bei uns kurzzeitig in der Gilde. Und, Roll Zurück macht hier auch safe-würdig. Naja, gut. Mann, das ist viel zu weit gekommen. 1,7. Na, dafür machst du den ja souverän rein. Ja. Und... ...drei Marker mehr am Start. Da muss ich auch rüber gucken. Ich will nochmal kippen. Flapschi spielt aber keine schlechte Kugel, ne? Nee. Ist ein Typ oder ist ein Weiß? Ist... Maria heißt die. Gerald? Maria heißt die, hab ich Kraft gesagt. Nee, hab ich nicht gehört. Ich hatte ja jetzt mein Headset gerade nicht auf. Ja. 418 Gegenwinds. Könnt ihr mal vielleicht mal vorne stellen, ne? Ah, stell den mal auf 400 und 25. 200. 200. Das ist ja halt der dort 200er Abschlag. Also 425 ist zu kurz. Und mit Bounce. Mann, nee. Da ist bei mir auf dem Vorkriegelbau. Das rollst du zurück. Die dumm bist ja auch. Ich hab' den Lauf, ja, ey. So, gucken wir mal. Fehl zu fest. Ja, ich mach' den nicht mit Dings. Na, ich hab' mit 5... Ich hab' mit 60% ähm... ...gepaddelt. Das war zu fest. Star Wars. Danke. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Ah, geht auch leicht. Können wir denn nicht auch mal die einfachen paar 4 hier kriegen? Puh, was ist denn hier? 360? 320? Kriegt der Bounce, ja? Der kriegt Bounce, ja. Dann haben wir da 0. Geht er bestimmt wieder Backspin. Ja, Bounce. Scheiße, Bounce. Ja, ich bin im Raff gebounced, ne? Das war halt suboptimal. Suboptimal. Was am Bounce kriegt? Also meiner war richtig kurz. Ja, meiner war auch zu kurz. Oh, scheiße, zu. Sissihaft. Aber ist ein Bergaufplatz, wie ich das gerade sehe. Ja, ich schlage im 4-Green. Sorry. Okay. Jetzt habe ich mich täuschen lassen. Von Linien oder was? Mhm. 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 Ja. 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 Da haben wir noch 2. Ich meine jetzt, weil ich habe einen Loch Bounce. Achso. Da kommt jetzt ein Portai. Hehehehe. Da mach's Nioh. Na fuck. Mann ey. Ist doch scheiße. So, was haben wir denn hier? Bei 470 plus 13% sind wir bei 418. Gut. So, den sparen wir mit Tatschen. 417. Ach. Vorne keine Null. Hinten keine Null. Wo soll er denn hingehen? Erstmal aufs Grün. Nein. Vorgrün. Glückwunsch. Schhhhh. 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 Ach ja. Ach ja. Ja. Jetzt war er zu weit. Rüber gestellt. Ohhhhh. Roll und roll. Schhhhh. Ach, scheiße. Schhhhh. Sch bock. Sch auch. Max. Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt kommt kurz ich weiß es nicht so ich könnte ja mal gucken so leute das war es dann dass man im stream hat gesehen fett abgeräumt also dann tschau